Moin moin liebe Freunde und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege. Heute mit dabei, Böhn und Kind. Einen guten Tag. Tschüss. Boah, sag mal. Macht einer oben zu? Was heißt oben? Wir können nicht weiter nach oben zu machen. Äh, also stimmt ja, sorry. So, ich hab zugemacht. Ja, mach doch die Tür zu, weil ansonsten kommen die durch. Habe ich doch gemacht. Na gut, da könnten sie nicht durch, da hatte ich zwei Störer. Warte mal, ich mach mal hier schnell das Fenster auf, dann kann ich noch die Kamera rausschmeißen. Will ich noch die Drohnenstörer da unten haben, oder will ich sie lieber... Da kommt doch irgendwas schon. Oh, hinter uns, hinter uns. Da ist doch was offen, ich hab doch gesagt, dass das... Da ist eine Drohne auch drin. Wo ist eine Drohne drin? Direkt in dem Fenster habe ich jetzt einen gescannt. Da ist auch eine Drohne drin. Ich sehe keine am Fenster. Komm, deiner. Ach, an dem Fenster. Die sind drin. Aber östliche Fenster ist frei. Sind dort hinten, äh, Richtung Westen, Nordwesten. Ich hab ja bei mir hier irgendwas. Huh, es kam. Die sind drin, da irgendwo. Nordwesten wahrscheinlich. Ja, leck. Zwei Leute sind da, Kimp. Böhn, in der Ecke sind zwei Leute gewesen. Pass rechts von dir auf. Rechts haben mich eingetötet. Ja, heißt nicht, dass da noch nicht nachher man kann, ne? Pass auf, Kim, da sind zwei Leute, ne? Guter Wurf, guter Wurf. Ganz einsammeln vielleicht, wenn du dich anstrengst. Ja, bringt mich nicht. Oh, oh. Oh, Rauch. Wo siehst du ihn? Da ist der andere hat einen. Er ist in dem rechten Ecken, ja. Aber um hier war ein Kim. Kommt rein, kommt rein, hinter dir. Alter, du hast dein Gewehr sogar gesehen. Ich hab jetzt neu gecheckt, was der da ist. Ah! Du hast doch noch eine Kamera im Raum, warum? Komm schon! Nein! Jetzt! Oh, nein, 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 nein kann man mal machen. Das ist richtig übel. Einer Thatcher, einer Termite. Ich nehm Termite. Wer zuerst malt, der meldet sich zuerst. Was? Jaja, da ist die Katze dann gebürstet, hab ich gehört. So ungefähr. Warum hast du denn so ne komische Maske auf? Warum liegt denn hier Stroh? Was du erst mal? Hage, Monde. Hey, der Böhn hat auch so ne Bane-Maske auf. I am Bane. Geh mal zu Hage. Hey, der Böhn hat keine Tarnung drauf. Daumen runter für Böhn's Tarnung. Daumen hoch, wenn ihr meint Böhnung. Der Böhnung braucht ne Ahnung. Daumen hoch für Kim's Tarnung. Cool. Ja ge, Daumen hoch dafür. Das ist die Metall-Tarnung. Hey, ich brauche Updates. Warum? Lass mich in Ruhe. Was sind das für Updates? Was ist da drin? Was genau macht das? Was ist in dem Paket? Auch. Düs, düs, düs. Voll ist unten? Ja. Gegner sind unten. Wir wussten das nicht. Hä, wo ist denn der Gas-Arbeiter? Hey, wir haben die perfekten Operator dafür. Hey, hier liegt einer. Das Loch abgeämmt. So, ein Idiot. Hey, hey, die schießen auf mich. Ein Rekrut hat gerade dieses wunderschöne Löchlein abgeämmt, bei dem die Drohnen reinfahren können. Und ich fahr natürlich einfach von hinten rein. Lol, 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 lol. Oh, ich wollte ihn jetzt trollen die ganze Zeit. Oh, guck. Lol, was macht er? Er ist aufm LKW. Aber wir haben die perfekte Mischung jetzt zum Reingehen, voll gut. Kamera erst mal ausmachen! Erste Kamera ist aus! Gucken schon drauf auf die Kamera Dann machst du kaputt Hast du? Jo! Links und oben das Fenster Ja ich wollte gerade sagen, weiß ich nicht ob oben einer ist Ich hab eine EMP-Fanade Schockbrat zerstört, aktives Materialsystem zerstört Links oder rechts? Such dir eins aus Hi Jungs Au! Wieso werde ich hier von hinten beschossen? Was soll denn das? Also ich hab den Laden aufgemacht Mein Job ist erledigt Und ich hab einen Low geschossen Schön Hier hinten ist ein Puls Den konnte ich kurz markieren Er ist weggerannt Jemand hat sein Auto abgeschlossen, ihr könnt rein Hast du oben getötet, Kim? Jo! Das war der, der ich nicht angeschossen hab Okay, kommt Leute, geh rein da Pass auf, deine rechte Ecke Gut entdeckt Ja Der andere geht über die linke Seite Der ist ganz Norden 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 Hm, wieder einer mehr im Spiel Interessant So, wer nimmt die Kapkan und wer nimmt den Mute? Ja, okay, ich hab schon verstanden Ich nehm wieder den Mute Alles okay Nitro oder Schild? Du hast keinen Bock auf 3 Kills Ich muss meine Herausforderung ablesen Achso Ja, der Böndi ist ein sehr kompetentetitiver Mensch Einfach Giga oder GSG? GSG Okay Gib schon Gas Gib schon Gas Ich erschieß jetzt erstmal Böndi, dann von danach verlieren wir die Runde Kennst du doch irgendwie von Mario Kart Ich muss ihn nur spielen, egal ob ich gewinnen oder verliere Der Bolle ist jetzt von Mario Kart Kaum dass Bolle einen einmal anschießt, ist vorbei das Rennen Ja So sieht's aus Du fährst die ganze Zeit auf 2 oder 1, dann kommt Bolle auf die Idee Oh, dann schießt man den halt da vorne ab Und dann fällst du zurück auf 7, 8, 9 Ja, du hast dann halt auch nicht verdient, ne? Den Raum sichern Ach, was ist denn das für ne Kacke Mute direkt vor die Tür, schnell 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 Oh, Schockrone Schockrone ist schon drin Mach sie da voll Was ist denn? Ich krieg sie nicht Weggefahr Ich hab sie Mach deine oben zu Oben? Aber gar nicht mal so schlecht oben zu zu machen machen Nein, oben ist geil, oben lass ich offen Weißt du, dann lass ich oben offen Ich rede, wir stemmen alle von oben Ne, ich geh nach oben Nur noch 5 Sekunden Beschützt den Bio-Gefahrgutbehälter um jeden Preis Lege willkommen zum Haus Achtung Irgendwo haben wir ja noch Haupttür Haupttür ist auf Haupttür ist auf Ja Ich seh das schon Da flog was rein am Fenster, Blankgranate Ja, ich sehs Schockzone Drinne? Hab einen draußen erwischt Man am Fenster scheint auch noch einer zu sein Man am Fenster scheint auch noch einer zu sein Man am Fenster scheint auch noch einer zu sein Ich hab einen fucking Helfpunkt Ja, Doc ist tot Toll Zwei sind an dem Fenster da unten Ich setze den Sensor ein Und die haben glaube ich keine Ahnung von wo ich schieße Hihihi Okay Kann wohl mit Schild auch unterwegs zu sein Ich hab einen fucking Helfpunkt Einen einzeln Nice, den hab ich schon mal erwischt Herzschlagsensor aktiviert Mal ne Drohne Sobald ich hier oben weg bin, müsst ihr halt auf die Luke aufpassen Ohne kommt nach oben, Bolle, musst du aufpassen Nur noch ein Gegner übrig Ich setze den Helfschlagsensor ein Sie haben ihre Versuche Oh fuck, der kommt bei dem Fenster Wolle, wo du die ganze Zeit abcampt hast Baaah, hab mich auch erwischt Wo ist er? Drinnen? Er ist unten drinnen, er ist sichert In dem Fenster Nein, er ist lang drinnen Er ist in der Matte, T-Bank Er ist in der Matte Bevor mir der den Krieg klaut Ah, schön Das war nicht das Fenster, wo ich abgehängt hab Die Seite Nein, er ist ja von der anderen Seite gekommen Wunderbar, trotzdem wunderschöner Sieg 3-0 Leute, Leute, haben hier Punkte gemacht heute Ah, schön Tja, das war's dann, liebe Freunde Ich hoffe es hat Spaß gemacht Ja, lasst doch einen Daumen nach oben da Und wenn ihr noch auf dem Kanal seid Ein Abo wär ziemlich geil Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dann, macht's gut Und may the fun be with you